Liebe Studierende, willkommen zur sechsten Videoübung des Semesters mit dem Thema Luftblase. Eigentlich mit dieser Aufgabe haben wir eine Möglichkeit, aus einem thermodynamischen Standpunkt aus das Verhalten einer Luftblase in Wasser zu erklären und somit werden wir auch mit Hilfe von Konzepten aus der Thermodynamik eine Situation erklären können, die wir auch aus der täglichen Erfahrung gut kennen. Die Situation ist folgendes, als Taucher befinde ich mich in einer Tiefe relativ zur Wasseroberfläche Z, das wird dann als Anfangstiefe, Z sind dann 40 Meter und aus meinem Tauchgerät tritt dann eine Luftblase aus und als Luftblase meine ich eigentlich ein Volumen, wobei in diesem Volumen Luft enthaltet ist und wir betrachten dann Luft als Gas, schlussendlich auch als ideales Gas. Und meine Luftblase wird dann sich bewegen und wird sich Richtung Wasseroberflächen bewegen. Eine tägliche Erfahrung ist, dass das Volumen der Luftblase vergrößert sich, je näher die Luftblase zur Wasseroberfläche kommt. Das ist eigentlich etwas, was wir schlussendlich mit dieser Aufgabe dann erklären werden. Aber erstens, man fragt eine Darstellung sozusagen des Druckverlaufs im Wasser, diese Luftblase, als Funktion der Tiefe Z. Und wir wissen, dass es gibt schon auf der Wasseroberfläche einen normalen Druck, die ist auch angegeben, beträgt ein Bar. Jetzt, um diese erste Frage A zu beantworten, habe ich schon hier eine kleine Skizze gemacht, um die Situation physikalisch darzustellen. Das heißt, der Wasserdruck in eine tiefe Z ist gegeben durch Normaldruck, die sowieso auf die Wasseroberfläche wirksam ist und den Druck verursacht durch die Masse der auf der Fläche lastenden Wassersäule. Das heißt, wir können schreiben, dass Druck als Funktion der Tiefe Z, wobei meine Luftblase sich befindet, ist dann gleich der Summe von Normaldruck, die auf die Wasseroberfläche wirksam ist, plus, wie bereits gesagt, den Druck verursacht durch die Wassersäule auf diese Luftblase. Das können wir eventuell so P-Wasser. Jetzt, wie kann ich spezifisch den Druck für die Wassersäule beschreiben? Ich kann eigentlich hier die Geometrie des Problems, wie in dieser Skizze dargestellt ist, benutzen, aber erstens starte ich von der allgemeinen Definition des Druck. Das ist nicht anders als Kraft, gedeicht durch Fläche. Und hier Kraft ist die Gewitzkraft der Wassersäule, die wirksam ist auf eine Fläche und diese Fläche entspricht der Querschnittsfläche A meiner Luftblase. Dann kann ich dies auch so schreiben, Pn, das ist normal Druck, plus Kraft wäre dann, wie gesagt, Gewitzkraft der Wassersäule, so Masse des Wassers enthalten in dieser Säule, mal die Gravitationskonstante, gedeicht durch diese Querschnittsfläche A. Und jetzt, um weiterzugehen, brauche ich eine kleine Umformel und kann ich einige Tricks anwenden, die wir auch schon in der Vorlesung mehrmals geübt haben. Zum Beispiel, ich kann bei dieser Formel Zähler und Nenner mit Z multiplizieren. Damit habe ich selbstverständlich eine äquivalente Darstellung, aber durch diese Multiplikation, oben und unten mal Z, habe ich dann diese Variable Z, nämlich die Tiefe gegenüber, relativ zur Wasseroberfläche, definiert, wo eben meine Luftblase sich befindet. Aber was ich jetzt bemerke aus dieser Darstellung, ist, dass A mal Z ist nicht anders als ein Volumen, und zwar A mal Z ist das Volumen der Wassersäule. Aber was habe ich dann hier? Ich habe Masse enthalten in dieser Wassersäule, geteilt durch das eigene Volumen. Das ist nicht anders als die Definition der Dichte des Wassers. Diese ist auch übrigens eine bekannte des Problems, also der Aufgabe. So, was dann übrig bleibt, schlussendlich, ist Pn plus, und dann kommt Dichte vom Wasser mal G, das ist auch eine Konstante, mal Z. Und damit habe ich jetzt hier eine Formel gefunden, und mit dieser Formel beschreibe ich den Druck auf einer Luftblase bei der Tiefe Z relativ zur Wasseroberfläche. Und alle anderen Größen sind tatsächlich bekannte der Aufgabe. Z ist die Variable, aber Dichte des Wassers, die Gravitationskonstante und Normaldruck sind Angabe der Aufgabe selber. Jetzt können wir weitergehen und können auch die Frage B beantworten. Und zwar, wie groß ist das Volumen V0 der Luftblase beim Austritt aus dem Tauchgerät? Jetzt hier allgemein können wir die Annahme machen, dass meine Luftblase, sprich Luft enthaltet im Volumen der Luftblase, ein ideales Gas ist. Das heißt, Luft erfüllt das ideale Gasgesetz. So, ich weiß, dass wenn meine Luftblase im thermodynamischen Kontakt mit dem Wärmebad bei einer Temperatur T ist, dann gilt allgemein, das Produkt zwischen Druck und Volumen muss direkt proportional sein zur Temperatur. Jetzt, wir wissen von der Aufgabe, dass meine Luftblase ist tatsächlich eingebettet im Meerswasser und dass die Temperatur des Wassers konstant 27 Grad Celsius und meine Luftblase überall, wo die Luftblase sich befindet, im thermodynamischen Kontakt oder sogar im thermodynamischen Gleichgewicht mit dem Wasser sich befindet. Das heißt, wir kennen die Temperatur des Gases, also der Luft in der Luftblase, das ist die Temperatur des Wassers. Jetzt die genaue Darstellung des idealen Gasgesetzes hängt davon ab, wie die Stoffmenge definiert ist. Und in unserem Fall, die Stoffmenge ist definiert als Masse des Gases in der Luftblase selber. Deswegen müssen wir dann noch das Ganze multiplizieren mit der spezifischen Gaskonstante der Luft, nennen wir das RL. Und dies ist auch eine Angabe des Problems. So, jetzt, wir können diese Formel nach Volumen lösen. Und dies ist gleich Masse der Luft in der Luftblase selber mal die spezifische Gaskonstante der Luft mal die Temperatur des Gases. Das ist hier in diesem Fall wegen des thermodynamischen Gleichgewichts die Temperatur des Wassers geteilt durch Druck. Wobei wir Druck, haben wir bereits in der Fragestellung A berechnet, Druck ist dann eine Funktion der Tiefe der Luftblase relativ zur Wasseroberfläche. So, in der Fragestellung A musste man auch noch berechnen, wie groß numerisch der Druck in 40 Meter Tiefe ist. Das können Sie dann selbstständig berechnen und mit der Musterlösung Ihre Rechnung vergleichen. So, wenn wir jetzt P0 nehmen, P0 wäre dann Druck bei einer Tiefe von 40 Meter, das werden wir dann später als Anfangzustand bezeichnen. Dann sollen Sie P0 in diese Gleichung einsetzen und folgt dann V0. Das wäre dann das Volumen der Luftblase, wenn die Luftblase aus dem Tauchgerät austritt, das heißt in eine Tiefe Z von 40 Meter. Und dann kommen die letzten zwei Fragen der Aufgabe. Diese sind die interessanteste Frage des Problems, also der Fragestellung und diese werden wir nach einer kurzen Pause beantworten.